Greta Gerke, herzlichen Glückwunsch. Dreifache Torschützin, genau wie deine Kollegin Elisa Gräwe. Wie kam es? Auf einmal klappte es und in den letzten Spielen nicht. Woran lag es diesmal? Ja, also generell hat heute Hockey ziemlich viel Spaß gemacht. Wir haben richtig gut zusammengespielt und ja, das ist natürlich schön, wenn man dann auch mal trifft. Und ansonsten würde ich sagen, dass heute eigentlich nicht so viel anders gelaufen ist als sonst. Wie ja Nico auch vorhin schon gesagt hat. Wir haben halt in den letzten Spielen meistens irgendwie ein bisschen Pech am Schläger gehabt und dann hinten irgendwie das Gegentor bekommen. Heute war es halt genau umgekehrt. Und das ist ja dann auch mal ganz schön. Aber es ist auch wichtig, dass wir das mit der Konsequenz ausspielen, mit der wir es heute gemacht haben. Na, das ist ja toll und dann freue ich mich auf euch im Playoffs in Mannheim. Vielen Dank, Greta. Ja, ich freue mich. Ich freue mich.